so freunde wie ihr seht ist unser auto fertig das schöne auto sieht jetzt noch besser aus als vorher hier haben wir verwendet menschen nach 400 im wert menschen 2500 und 3500 und wie ihr seht keine kratzer nichts das auto glänzt sieht aus wie eine rasierklinge und so soll das auch sein liebe freunde kann mich da sogar spiegeln wie ihr seht dieses